Herzlich willkommen bei einer weiteren Mod-Vorstellung von Mods, die heute im Mod-Hub von Giants veröffentlicht worden sind. Bevor wir starten, erstmal noch ganz ganz herzlichen Dank an Herzblut, Olaf und der Bolzen für das Abo. Das würde dem Kanal sehr viel weiterhelfen. Ganz ganz herzlichen Dank für euer Follow. Heute haben wir 13 Mods und 2 Updates, die veröffentlicht worden sind im Giants Mod-Hub und wir steigen direkt ein mit dem ersten Mod von MatthewsFS. Downloadgröße 3,86 MB in der Version 1.0 für alle Plattformen und zwar ist dieses John Deere RTK Stations Pack. Diese RTK Station erhöht die Genauigkeit der Wertevorhersage, mit der ihr Betrieb verbunden ist. Im Baumenü unter Tools können wir finden die RTK Station und die kleine RTK Station von John Deere, jeweils für 5, respektive 10.000 Euro. Von Ola Haldor kommt als nächster Mod das Sägewerk Pack. Es sind dies die Sägewerke von Elm Creek und Haute Beleron, die jetzt als Produktionsgebäude erworben werden können. Downloadgröße dieses Mods 10,73 MB in der Version 1.0 und zwar für alle Plattformen. Im Baumenü unter Fabriken finden wir zum einen das Sägewerk, das ist das kleine Sägewerk, das wir schon vorhin gesehen haben, oder das große Sägewerk wäre entsprechend dieses hier. Zudem finden wir unter Dekoration und Sonstigem verschiedene Dekorationsholzstapel. Auch kann für das Sägewerk das Bürogebäude, wie auch Garagen und Unterstände hinzugebaut werden. Den Mod von Viper TTS, jetzt wachsen, haben wir von zwei Tagen die Vorstellung gemacht. Heute kommt er mit einem Update und zwar haben wir Probleme gehabt, diesen Mod zu nutzen in der Version vor zwei Tagen. Heute kommt die Version 1.0.5.0 und zwar mit 19 KB und für PC und Mac. Das Änderungsprotokoll sagt, bei der vorherigen Version musste die Entwicklersteuerung aktiv sein. Deswegen hat es bei mir in der Vorstellung vor zwei Tagen nicht funktioniert, weil ich die Entwicklersteuerung nicht aktiv hatte. Jetzt werden wir testen mit der Backspace-Taste, ob dies gefixt worden ist. Jetzt drücke ich die Taste jetzt und habe feststellen müssen, dass es trotzdem nicht funktioniert. Ich werde jetzt nochmal die Backspace-Taste drücken. Das müsste ja für alle Felder passieren. Wie ihr selber sehen konntet, es hat also keine Änderung gegeben bezüglich des Wachstumszustands. Auch können wir hier jetzt sehen, dass hier sich nichts geändert hat. Ich kann es nochmal versuchen. Und jetzt hat sich doch der Wachstumszustand geändert und zwar ist jetzt eine Stufe hinzugekommen. Also das scheint trotzdem funktioniert zu haben. Hat in meinem Erachten länger gedauert als fünf Sekunden, aber das ist ja eigentlich egal. Tatsache ist, dass also der Zustand sich beändert hat von dem einen Wachstumszustand zum anderen. Also wurde dieser Fehler gefixt. Der Jetzt-Wachsen-Mod funktioniert also jetzt. Der Quick-Camera-Mod kommt von Decke MMIV, Downloadgröße 33 KB, Version 1.0 und für PC und Mac. Mit diesem Quick-Camera-Mod für den FS22 kannst du die Fahrzeugkamera mit der Tastatur steuern. Du kannst also festlegen in dem Menü, welche Tastenkombination für welche Aktion gedacht oder ausgeführt werden soll. Standardmäßig ist mal der Pfeil nach oben und Pfeil nach rechts zum Beispiel. Kann also jetzt mit der Tastatur der Blickwinkel, das Blickfeld verändert werden. In der Mod-Beschreibung kommt der Hinweis, bitte denken Sie daran, Ihre Eingabentasten anzupassen. Ich werde das nicht tun. Ich habe das standardmäßig so gelassen. Das ist hier das Menü für die Tastatureinstellungen bezüglich dieses neuen Mods. Es sei zu beachten, dass hier die Zoom-Version, also Quick-Zoom-In und Quick-Zoom-Out, gebunden ist an die Bild-Hoch- und Bild-Runter-Taste. Also jeweils für eine Aktion oder das andere. Einmal kurz drücken, das ist ein kurzes Zoom. Und wenn ich lang auf der Taste bleibe, wird langsam hinein oder herausgezoomt. Wenn ich mich also in ein Fahrzeug begebe, kann ich mit den Tasten, mit den Richtungstasten, kann ich den Blickwinkel verändern. Wenn ich die Bild-Hoch- und Bild-Runter-Taste betätige, einmal kurz und einmal, das ist jeweils einmal kurz und einmal lang, tome ich ganz fließend auf das Gerät ein. Dieser große Wassertank wird uns zur Verfügung gestellt von Flusti 94, Downloadgröße 1,7, Megabyte Version 1.0 und für alle Plattformen. Dieser Wassertank ist als Alternative dazu, zu dem im Spiel standardmäßig erhaltene Wassertank. Ist natürlich unter Container zu finden, kostet 15.000 Euro und ist entsprechend größer als der Standard-Tank. Um nochmal zurück zu kommen auf den Quick-Camera-Mod. Ich habe gerade dieses Fahrzeug betreten, versuche also jetzt zu zoomen und die scheint jetzt nicht mehr zu funktionieren. Warum auch immer, ich kann nicht mal mehr mit den Pfeiltasten rechts oder links herum gucken. Was ich kurz demonstrieren will, also ich kann hier das Fahrzeug betanken und zwar zum selben Preis wie der kleine Wassertank. Dieses alpenländische Heulager kommt vom FIP 7, ein Heulager mit Ballenannahme. Ihr erkennt das Gebäude, das ist das Standard-Heu- und Strohgebäude im Standardspiel enthalten. Nur wurde hier die Möglichkeit hinzugefügt, dies nun auch mit Ballen zu befüttern. Und bei den Umbaumaßnahmen sei auch die Kapazität erhöht worden. Standardmäßig glaube ich, hat das Gebäude 250.000 Liter Fassungsvermögen. Dies hier hat nun 500.000 Liter. Dann wollen wir doch mal gucken, ob er diese Strohballe dem Gebäude füttern kann. Tatsächlich funktioniert. Der Mod hat eine Downloadgröße von 1,23 MB, ist in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Vor ein paar Wochen haben wir diesen John Deere X9 2020 in der US- und EU-Version auch vorgestellt. Jetzt kommt SID-Modding mit einem Update für diesen Drescher. Jetzt kommt die Version 1.0.0.1, Downloadgröße 21,08 MB und ist für alle Plattformen gedacht. Hier ist das Füllvolumen gefixt worden, die Bremsen wurden gefixt und auch die dritte Rohroption wurde hinzugefügt. Auch sei die Tankkapazität korrigiert und verbessert worden. Also, Diesel-Threscher hier, da haben wir verschiedene Korn-Tank-Füllmengen, die wir wählen können. Zwischen faltbarem Korntank, den Maura XL, der Maura Tip Top, den Maura Tip Up und wieder den Maura Tick XL. Und so haben wir eine Kapazität bis zu 27.400 Liter. Bei den Reifenherstellern wird angeboten Continental, Michelin, Mithas und wieder Continental. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht alle durch. Dann haben wir die Design, was wir wählen können. Deswegen auch eine US- und EU-Version. Also EU1, EU2, EU3 und die US-Version. Wir haben sogar die Möglichkeit, eine australische Version zu konfigurieren. Dann haben wir hier Möglichkeiten der Lichtkonfiguration. Da gehe ich jetzt auch nicht alle einzelnen durch. Das Design kann gewählt werden mit einem Demos-Sticker oder ohne. Dann kann hier die hintere Anhängervorrichtung hinzugefügt und verändert werden. Und jetzt kommen wir zum Entladerohr. Da gibt es die kurze Pfeife mit faltbarem Ausguss. Da gibt es das lange Rohr, eine lange Pfeife mit klappbarem Ausguss und so weiter. Langes Rohr und so weiter. Diese Möglichkeiten haben wir hier. Dann können hier auch die Zahlen noch hinzugefügt werden, falls ihr mehrere Drescher habt und wissen wollt, welcher welcher ist. GPS kann hinzugefügt werden. Auch haben wir die Farbvarianten zwischen Schwarz und Grün. Und zwar beinhaltet diese Änderung nur den Aufsatz für den Korntank. Der Drescher hat eine Leistung von 700 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 1250 Liter plus den 55 Liter DEV. Maximalgeschwindigkeit bei 40 kmh, wie gesagt, je nach Ausrüstung bis zu 27.400 Liter Füllmenge, wiegt 20 Tonnen und kostet in dieser Ausführung jetzt, wie ich sie eingestellt habe, 597.460 Euro. Als nächster Mod wird eine ganze Reihe von Grubbern veröffentlicht. Und zwar kommen die von BlendArt, Kolodznik Jr. und TT Check Modding. Downloadgröße 9,09 MB Version 1.0 und für alle Plattformen. Die Reihe von PB03 Gruber beinhaltet den PB03 031, den 051 und die 081 Serie. Das sind diese drei Gruber hier. Der kleine Gruber benötigt 40 PS bei einer Arbeitsbreite von 3 Metern. Der mittlere benötigt 70 PS und arbeitet bei 5 Metern Breite. Und der große braucht 120 PS und hat eine Arbeitsbreite von 8 Metern. Beim Design gibt es verschiedene Möglichkeiten. Denn und zwar einmal von der schweren Ecke, das ist die Standardausführung. Eine mittlere Ecke, leichte Ecke mit Reifen und eine leichte Ecke. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, die Farben zu verändern. Und dies ist ganz eurem Geschmack überlassen. Kostenpunkt für den Großen 9000 Euro ohne Veränderung, 6000 Euro für den Mittleren und 3000 Euro für den Kleinen. Realistic Farmers bringt uns die Betonwalze. Downloadgröße 2,96 MB in der Version 1.0 für alle Plattformen. Wiesenwalzen werden für die Ertragssteigerung von Wiesen benutzt. Es ist eine alte Art der Landwirtschaft, aber Betonwalzen haben eine lange Lebensdauer und sind sehr wartungsarm. Das Pack benennt sich Betonwalze und bringt uns verschiedene Optionen. Zum einen gibt es die Option CR 190 oder 190X und natürlich dann auch die zweite Version, die CR 290. Die Option bei der Wiesenwalze CR 190 und der Option 190X ist, dass man bei der 190X, wie schon gesehen, noch weitere anhängen kann. Die eine Walze an sich benötigt 30 PS, Arbeitsbreite 1,90 Meter und arbeitet bei 12 kmh. Preis der Standardoption 5000 Euro und wie hier gesehen sind das einfach dann dreimal die kleinere Walze der CR 190X. Die CR 290 kommt ohne Optionen, benötigt 35 PS, arbeitet bei 2,90 Meter und hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 kmh. Kostenpunkt für diese Version 5500 Euro. Es wird darauf hingewiesen, dass der CR 290 nicht mit dem 190X zu kombinieren sei, weil es zu Problemen kommen könnte, wegen dem Wenderadius und anderen Problemen. In der Mod-Beschreibung wurde angegeben, dass die Walzen mit der Taste B aktiviert werden können. Allerdings habe ich beim Drücken der Taste B in keinster Weise eine Änderung des Verhaltens feststellen können. Auch wird mir die Option im F1 Menü nicht angezeigt, dass hier die Walze aktiviert oder deaktiviert werden könnte. Also hier müsste eventuell nachgebessert werden oder die Option aus der Beschreibung herausgenommen werden. Die Scheibenecke Fortschritt B352 kommt von AAA Modding, Downloadgröße 3,93 MB Version 1.0 und ist für alle Plattformen gemacht. Diese Scheibenecke bietet drei Designmöglichkeiten an, wobei dies nur die Farbe verändert. Das Gewicht ist 640 Kilo, benötigt 80 PS und hat eine Arbeitsbreite von 2,1 Meter. Der Preis für die Version hier 7.000 Euro. Agrardesign Austria kommt heute mit dem Cepi MS 9 Base. Downloadgröße 6,18 MB Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um einen Mulcher, bei dem wir verschiedene Designmöglichkeiten haben. Ein Warnschild hinzugefügt werden kann und auch den Ankopplungstyp verändert werden kann. Dieser Mulcher kann entweder vorne oder hinten angehängt werden. Da gibt es zu beachten, welche Anhängung hier gewählt wird. Wenn man beide Optionen haben will, ist es angesagt, dass man Anhängung beide Behälter auswählt. Das Gewicht des S9 Base ist 1,1 Tonnen, benötigt 100 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,80 Meter und arbeitet bei 12 kmh. Der Preis für die Konfiguration, so wie sie hier steht, 7.000 Euro. Tachi 007 bringt uns den MAN TGX 6x4 mit dem Tankaufbau, Downloadgröße 9,49 MB Version 1.0 und für alle Plattformen. Dieser LKW mit dem Tankaufbau kann gefüllt werden mit Flüssigdünger, Pflanzenschutz, Gülle, Diesel und Gärresten. Anscheinend passt hier Milch und Wasser nicht mit rein. Die Konfigurationsmöglichkeiten für diesen LKW ist auf die Farbgebung beschränkt. Hauptfarbe, Designfarbe und natürlich die Felgenfarbe. Dieser LKW kommt mit 640 PS, wird bis automatisch geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 490 Liter, eine Maximalgeschwindigkeit von 80 kmh, hat eine Füllmenge für den Tank von 24.000 Liter, wiegt 10,8 Tonnen und kostet in der Standardausführung 160.000 Euro. Der MAN TGX 18500 4x2 kommt von Castan 18, Downloadgröße 9,74 MB Version 1.0 und ist für alle Plattformen gedacht. Dieser Sattelschlepper kommt mit den folgenden Konfigurationsmöglichkeiten, sowie Kotflügel, Spoiler, Reifenvarianten, kann mit GPS ausgestattet werden und auch die Farbgebung kann verändert werden. Die Leistung des LKW ist bei 500 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 900 Litern und hat eine Maximalgeschwindigkeit von 80 kmh, wiegt 8,5 Tonnen und kostet in der Standardversion 120.000 Euro. Der im 19er sehr beliebte John Deere Gator ist zurück und zwar kommt dieser jetzt von Black Sheep Modding, Downloadgröße 23,38 MB Version 1.0 und für alle Plattformen. Und dieser kommt als ganzes Pack daher, kann also zwischen dem 6x4 oder dem 4x2 gewählt werden, kann mit einer Mulde, mit einem Ballenaufbau, einem Dreipunktlifter, einer Dünge oder Pflanzenschutzspritze ausgestattet werden. Des Weiteren kommen verschiedene Schiebeschilder hinzu und kann auch mit einem Dünger oder Kalkstreuer sowohl als auch einem Salzstreuer ausgestattet werden. Kommen wir nun zum letzten Mod, der heute veröffentlicht worden ist und zwar ist dies der Pferdehelfer. Der Mod kommt von KR Softwares, Downloadgröße 12 KB Version 1.0 und ist für PC und Mac. Ich habe in den Menüeinstellungen keine Möglichkeit gefunden, daher gehe ich davon aus, dass sich der Pferdehelfer automatisch aktiviert. Wir werden dies nun testen, indem wir einfach einen Tag vorspulen. Ich kann also sagen, dass jetzt selbst nach zwei Tagen sich nichts verändert hat, auch keine Kosten sind erschienen. Also ich kann nicht entweder davon ausgehen, dass es irgendwie nicht funktioniert oder es einfach so ist, weil die Pferde kein Futter haben. Das war es auch schon für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal fürs Dabeisein. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann bin ich sehr glücklich darüber, wenn ihr mir euren Daumen da lässt. Falls ihr auch die nächsten Vorstellungen von Mods, die im Giants Mod Hub veröffentlicht werden, nicht verpassen wollt, dann lasst mir doch euer Abo da. Würde dem Kanal natürlich sehr weiterhelfen, damit ich auch in Zukunft weiß, was ich veröffentlichen kann. Falls ich bei diesen Mods, die nicht funktioniert haben oder falsch funktioniert haben, einen Benutzerfehler gemacht habe, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen, damit ich dies verbessern kann. Und jetzt nochmal ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Danke, Tschüss und hasta luego. Danke, Tschüss.